Musik Uns steht jetzt ein Kampf ins Haus im Schwergewicht zwischen Mr. Untouchable und Bulletproof. Jetzt kommt er zu uns in die Arena. Den kennen wir als exzellenten Rappler und davon werden wir bestimmt auch im heutigen Kampf einiges sehen. Es gibt kaum einen Gegner, der damit keine Schwierigkeiten hat. Applaus Mr. Untouchable will es heute offenbar wirklich wissen. Es ist schon unglaublich, wie vielseitig er ist. Und das macht ihn natürlich auch so gefährlich, man kann ihn einfach nicht ausrechnen. Ja, da weißt du als Gegner nie, was als nächstes kommt. Der ist unheimlich flexibel, der hat auf alles seine Antwort. Ja, Kick zum Bein von Bulletproof. Mr. Untouchable bringt den Jeb, aber erfolglos. Perfekter Block. Sauberer Inside-Line. Sehr guter Punch von Mr. Untouchable. Klasse Punches. Ja, da war der Jeb wieder. Ja, guter Schlag von Bulletproof. Schöner Treffer. Oh, 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 der Double-Jeb. Mehr, der Schlag kommt nicht an. Guter Jeb vom Mr. Untouchable. Ja, das macht er gut. Schöner Upper Cut. Schöne Aktion, aber der Punch, was für ein Treffer. Ja, schön abgewählt. Ja, schöner Jeb. Ja. Klasse Punch, da ist der Treffer. Oh, der Upper Cut hat gesessen. Ja, er trifft ihn. Starker Roundhouse-Kick zum Körper. Schön den Leck-Kick eingesetzt. Er landet immer wieder tolle Treffer, kombiniert schön seine Technik. Schön getäuscht mit dem Kick. Gefährlicher Schlag zum Kopf. Oh, er ist angefallen. Starker Punch. Oh ja, guter Treffer, da war der Punch. Nein, der Schlag kommt nicht an. Starker Angriff zum Kopf, er ist genommen. Oh, da fällt er nicht durch, was für Schläge. Noch 30 Sekunden, dann ist die Runde vorbei. Er versucht den Kampf zu wäsen. Das war ein fantastisches Ground and Pound. Er wollte nicht punkten, sondern den K.O. Und genau das hat er auch geschafft. Werfen wir jetzt einen Blick in die Wiederholung des Kampfes. Toller Punch und Ergebnis ist dieser Niederschlag. Hier der Knockdown in einer anderen Einstellung. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Ladies and gentlemen, referee Eve Leving has gone to stop to this contest at 4 minutes, 37 seconds in the very first round. Declaring the winner by knockout, Mr. Punchable. Ladies and gentlemen, der Sieger durch knockout. Ah, ja! Ah, ja! Vielen Dank.